herzlich willkommen an freunde zurück zu minecraft dungeons mir ist heute aufgefallen dass wir ja gar nicht den ort hier mal erkundigt haben guck mal hier ist schon eine kiste hier kriegen wir 50 smarte cool da unten da scheint auch irgendein dorf zu sein das könnte vielleicht sogar der hafen sein müssen wir gleich mal auf der karte gucken ob das der erzhafen war aus dem letzten part denn das gebiet ist doch noch relativ groß hier haben wir irgendein gebäude hier haben wir eine brücke mit zugbrücke was ist das da eine art schloss schaltet man das auch noch frei ich weiß es nicht das sehen wir dann alles aber auf jeden fall ist der ort größer als ich anfangs vermutet habe denn wir haben uns den auch nie wirklich richtig angeschaut da hier können wir nämlich mal nach rechts da sind schafe wo ist das eine kleine burg sieht aus wie eine kleine burg hier haben eine aussichtstour guck mal da ist noch ein feld mit schweinchen süß und hier können wir auch rein weil wir warten wir gucken wir hinten also sind wir auf dem berg sind aber auch in sehr sehr hohen berg da unten ist auch noch irgendein dorf ok cool das also das sehe ich jetzt wirklich zum ersten mal hier komm lass mal als ob man hier sogar rein kann lol da geht es sogar noch hoch das ist ja süß hier wusste ich echt nicht und ein zimmer ich dachte vielleicht ein schlafzimmer aber hier fehlt auf jeden fall das bett okay aber hier was machen kann man nicht ne scheint nicht so scheint nicht der fall zu sein okay aber schön schön eingerichtet auf jeden fall ja wusste ich nicht wusste ich nicht bestimmt die meisten von euch auch nicht denn wir machen jetzt weiter im letzten part haben wir die erzminen gemacht denn hier haben wir versucht das zu ändern geht aber noch nicht jetzt wollten wir die kakteen schlucht glaube ich machen oder ich glaube schon und da machen wir wir sind 25 ja komm 27 werden wir wohl schaffen oh gott da sehen wir schon einen bösen typen im hintergrund eigentlich wollte ich für die folge erst morgen aufnehmen weil die folge kommt erst morgen raus aber naja leute naja leute jetzt habe ich das gerade gesehen und ich wollte unbedingt erkunden die tiefe in einem uralten und vergessenen wüsten tempel ruht eine armee aus untoten beschwören diesen tempel zu finden ist jedoch keine einfache angelegenheit denn der zugang liegt versteckt in einer tiefen schlucht in der sich vergessene geheimnisse aber auch hinterlistige kreaturen verbergen okay erst mal gucken wir jetzt hier wir gehen erst mal nach rechts der ferne tempel okay hier scheint aber tatsächlich nicht zu sein aber der berg da sieht echt schön aus sollten sie auch im echten meinen kopf interagieren rein machen wie viel das wort jetzt nicht wirklich ein was passiert ach da kommt jetzt eine rücke cool ach hier drunter ist ein bieken da oben drauf ist der bieken ist aber klein ist echt klein 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 kann ich mich daran wehtun oder kann ich weiß nicht ich glaub nicht was sieht echt schön hier aus mein fall ist irgendwie durchgegangen okay schon mal gut zu wissen dass die gegner hier auf jeden fall stärker sind wie soll ich schaden bekommen auch nicht wieder ja hier hallo auf mann 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 immer diese bösen kleinen kinder hier so gucken wir mal weiter hier oh gott mit uns und und links weg weg mit dir oh gott da ist noch so einer so haha ich hab dich gestunt wusstet ihr man kann auch gedrückt halten dann schlägt man automatisch habe ich auch erst heute bemerkt ich habe nämlich heute noch mal den erz dungeon gespielt weil der ging ja relativ zügig gegensatz zu den anderen dungeons und ja war ganz lustig war ganz lustig oh man merkt schon ihr teilt mir mehr schaden aus als mir lieb ist oh gott creeper bam oh er lebt noch hat daneben oh du auch daneben hi 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 oh der magier zwei zwei sogar weg mit euch weg mit dem dreck oh gott das haben wir auch hier ist nichts was ist das denn das ist ja hier wieder eine lüge hier diese sackgasse mann 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 also die hätten echt mehr tun hier ein geheimnis gibt sie nur oh mein gott und zwei ton das ist ja fast gar nichts es ist ja schon fast eine beleidigung für mich wieso sollte ich denn dann hier überhaupt hingehen wenn sie eh fast nichts gibt ich wollte nur den creeper da mal entfernen aber der lebt noch aber jetzt haben wir ihn da da super 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 du machst mir nichts du machst mir nichts und du auch nicht habe ich getroffen ja habe ich sehr schön sehr sehr schön ich mag dieses dann wirklich das finde ich echt cool oh gott haha was haben wir hier eine seltenerrüstung wo ist er denn da ist er noch mehr ich habe ich auch super es sind echt viele vielleicht ist da eine rakete angebracht und nochmals da so ich bin runtergeplumpst haha irgendwie hat mein gestande doch noch geholfen so runter mit euch oh der lebt noch der lebt ja noch der schlingel oh gott creeper so machen wir mal so und weg oh ich hänge fest ah ich bin wieder drauf ich bin wieder drauf super feide nice ach da ist noch ein creeper den habe ich aber oh ein kleiner wicht kleiner wicht vom v bricht geschwindig ach alter wie viel kommt denn noch von denen so das war es jetzt aber erstmal ne ach ne da ist schon wieder einer was ist das denn da für ein tot ach so so ein achsteini boah da sind aber wieder viele okay oh gott der wurde ah da ist eine kiste okay ich hoffe das ist nicht das geheimnis weil sonst wäre das sehr sehr traurig das wäre echt traurig so achstyp du warst doch hier hinten irgendwo oder oh ja da warste so nice den haben wir den haben wir ach da ist noch einer so den ich habe auch kommst du auch noch natürlich du auch ne so hier wasser pff oh gott kurz mal eben hier super ach da ist noch ein creeper weg mit dir weg mit dir ist auch nicht so viel ach ach das zählt er als Truhe okay 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 das war kein geheimnis das ist schon mal sehr schön sehr gut vielleicht gibt es dann hier nicht diese standard geheimnisse das wäre auch sehr gut cool da weg und pripa weg so gehen wir erstmal oh hierher ach komm ich mach auch mal wieder B B ist ganz lustig oh da hat sich ein creeper versteckt da sind ganz viele creeper da waren ganz viele ach du bist ja gut wie bam äh L klappt noch nicht muss ich jetzt ein bisschen aufpassen vor allem vor dem so aua oh hier hier daneben okay okay ich bin weg ich muss weg na ich probiere mal mein Glück ob ich was getroffen habe weiß ich nicht wahrscheinlich nicht oder na nicht wirklich alter das nervt mich doch nicht hier so okay wir gehen erstmal hierher oh Gott was ist da denn los bam B so da warten wir mal kurz so da kommen die Seelen dann wissen wir ja da kommen sie da kommen meine Seelen oh leben ja doch noch viele leben doch noch ein paar oh hier creeper geh mal weg danke ja bitte schön oh Gott ey gut die habe ich hier schon mal besiegt aber hier scheint auch wieder nichts zu sein das ist ein bisschen traurig ein bisschen traurig tatsächlich hier auch nicht ach man ey was ist das denn hier wieso machen die immer so einen langen Gang wenn dann am Ende hier gar nichts ist schade das ist so traurig Leute da erhofft man sich tatsächlich immer ein bisschen mehr als dann am Ende ist gut hier hatten wir aber alles ne da rechts könnte vielleicht vielleicht in so einen kleinen Ding vielleicht nicht äh ne da ist nichts ok dann gehen wir mal weiter so oh Vorräte super dann jetzt hier wir gehen mal links lang ich muss schon sagen wieso ist hier denn keiner so oh die können alle weg auf jeden Fall ach wir haben so viele Pfeile ne da kommen wir ruhig hab ich ja eigentlich Erfahrungspunkte oh ich hätte ja Erfahrungspunkte für was dann machen wir doch hier mal direkt so super Stufe 3 sehr schön oh Creeper hihihihi Creeper hat euch explodiert oh ist noch einer noch einer so bitteschön komm gib mir Apfel nice sehr schön dankeschön scharf gibt es mir auch einen Apfel ne ok ach was ah ne guck mal es gab mehrere Wege dann gehen wir mal eben noch rechts lang meinst du da auf die Insel kam oh kann man aber ich glaube nicht von hier eher von der anderen Seite laufen wir mal da hin haben wir noch ein Schaf ein Schäfchen so das waren wohl die Wächter hier die Wächter des keine Ahnung was wir gehen erstmal in die Mitte rein ja ok meine die können zum Glück nicht hier runterspringen von der anderen Seite muss man oh ich werde hier ganz schön unter die Fittiche genommen ach da ist noch einer weg mit dir so ok dann werden wir hier so du kannst auch mal wegbleiben du auch und du da oben auch oh so bitteschön und wie komme ich da hoch wie komme ich da hoch kriege ich den ne kriege ich nicht naja habe euch so ach hier ist ein Schalter aber der ist auch oben muss ich doch von der anderen Seite erstmal kommen bevor ich hier was machen kann da warte ne da auch nicht ja da ok ich hab's hab's gefunden wir gehen aber erstmal hier einmal eine Runde ok hier ist nichts nichts besonderes zumindest hallo oh Schwein danke 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 so wir gehen glaube ich erstmal hierher da ist einer so bitteschön so der ist auch weg weg mit dem Trick und entfinden und entzünden mal dieses Leuchtfeuer hier ja was ist hier hinten ach hier hinten ist noch eins oh da hinten ist eine Minecraft-Strecke ok ah ihr seid unten achso ihr kommt da hoch dann komme ich da auch hoch sehr gut zu wissen Leute sehr gut hier ist nichts mehr wie ich die alle schon besiegt habe ah guck mal da ist sogar noch einer so wir gehen vorher auf die Insel hier ok das war die Insel wo ich vorher nicht drauf kam beziehungsweise von der anderen Seite kommen musste äh ja ok ja gut hier haben wir alles oder ja ja so ziemlich sehr gut sehr gut so dann gehe ich einmal hier rechts lang der Weg war nämlich nur relativ lang hier könnte ein Geheimnis sein da ist es auch oh nein hallo oh der Bogen ah da ist der Bogen wieder oh Glück gehabt Trickbogen ok scheint aber schwächer zu sein wie viele Geheimnisse fehlen uns noch ah nur noch eine Truhe ok die Truhe ist ja nicht so versteckt müssen wir nur die Augen aufbehalten so zack warte ging es da auch links ne aber rechts ging es weiter das scheint aber auch nicht zu sein glaube ich so ihr bitte oh sie haben überlebt cool die Wüsten Zombies ist hier unten hier unten ist nichts ne 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 ok oh der Magier der Magier oh da hinten ist noch einer komm der ist auch weg nice sehr gut sehr gut alter die überleben ganz schön gut hier oh die machen aber guten Schaden also die halten viel aus so erstmal hier die Kiste die Kiste ist wichtiger wir haben eine Armbrust bekommen die ist aber nicht ganz so gut hier bitteschön ihr seid zu lahmarsch deswegen denke ich ist das ganz gut für euch so ist hier nämlich fast nichts mehr zu tun ist da oben drin kein Dings drin ist ne keine Kiste das finde ich ja hier noch seltsam zwei Pfeile und die sind weg das ist eigentlich in Ordnung er hat sogar noch einen Trank getrunken oh Gott what the fuck Hilfe B B B B B B B B B okay der ist schon mal weg und der auch hallo bleib hier sehr gut sehr gut sehr gut gemacht puh aber ja ich dachte die wären etwas stärker sind sie aber tatsächlich nicht weg mit dir und noch ein noch ein schöner Zombie hier wo komme ich da gar nicht nach da oben ist natürlich traurig ne wenn man nicht nach da oben kommt kann man mir vorstellen irgendwie kommt man da schon hoch ne scheint aber nicht der Fall zu sein okay dann gehts weiter dann gehts weiter ah da kommen wir echt nicht drauf okay so uu aua so ich will den Magier achso ach das ist überhaupt keiner ups äh so und dann so da haben wir noch ein Bogenschützen der ist auch weg und Creeper Creeper sind wichtiger erstmal so bam auch Land ist immer wichtig Leute immer wichtig wichtig wo ist das groß hier hier ist aber auch wieder nichts gehen wir nur noch auf die andere Seite gucken bam hab schon vergessen wie dieser Ort hier heißt Kübisweiden ne ne Kübisweiden hatten wir schon äh weiß ich echt nicht mehr weiß ich echt nicht hab ich den überhaupt vorgelesen kann sein so ach guck mal wir haben so viele Pfeile können wir die ruhig hier besiegen so guck mal ich bin doch zackig weg mit dir und oh hä ah da kommt noch ein Axt Tiny da ist ja was los wiii oh das hab ich nicht getroffen hab kann ich eigentlich halten und dann einfach irgendwas drücken ne ne kann ich nicht ok weg damit wiii so da sind noch Pfeile die schnapp ich mir natürlich Alter wie groß ist oh Gott ey ist das hier groß warte mal wo geht's hier lang irgendwie nach links ok dann gehen wir wahrscheinlich komm wir gehen einmal auf diese große Platte hier scheint nämlich ne Falle zu sein hallo ok so euch hab ich auf jeden Fall dich auch dich auch und dich auch wir haben noch mehr ah da sind noch welche da sind ja noch welche ach guck mal das war schon ich finde den goldenen Schlüssel ja der ist ach du das ist gar nicht der goldene Schlüssel das ist der ok ich würd sagen ich geh erstmal noch nach rechts weil ich noch wissen möchte was da ist äh da oben da waren wir nicht ne ah oder ey ich weiß es gar nicht sind direkt nach rechts gegangen ne so bitteschön ach die sind echt lahm diese Dinger ok wir müssen glaube ich erstmal den blauen Schlüssel da rein tun und dann ach komm kümmern wir uns erstmal um die großen da oben können wir auch machen einfach rein ach so ich kann ja A gedrückt halten und dann kümmern wir uns um die Creeper da hinten sehr schön sehr schön ok und dann holen wir mal eben den Schlüssel da ist das der erste Schlüssel den wir benutzen ja oder in anderen Dungeons habe ich den jetzt nicht gesehen oh wir sind Leute so natürlich nicht ganz so cool äh vor allem weil ich hier kurz weg muss komm her danke da hinten haben wir noch so einen und da haben wir noch so einen weg da haben wir auch noch mal so einen einen Skeleton aber ich glaube die spawnen nicht nochmal oder weiß es nicht ich weiß es gerade nicht wie du es dir so warst weiß ich nicht für Dekos Zwecke vielleicht da komm ich nicht hoch ne ne ok dann schalten wir mal hier die Schalter ja reicht von mir sehr schön so komm schnell mit oh da geht's raus oh Gott komm mit komm mit hi hi daneben bam oh Gott vollkommen daneben äh B oh Gott sehr schön ich warte noch kurz hier die Hexe scheint angeblich tot zu sein das ist sehr gut oh schöne Palmen guck mal sowas gibt es auch nicht in Minecraft nur in Tropicraft das ist auch schade Minecraft könnte so viel mehr machen so viel mehr machen ok es sind einige hier greife hallo greife die anderen an es ist da hier wieder traurig so ne der ist nicht sauer schade oh da ist ein Creeper den müssen wir kurz aufpassen weil den können wir noch weg machen oh das war mir schon ein wenig zu knapp tatsächlich oh das magier egal wir machen den Creeper weg dann können wir das machen weg mit dir oh Gott da muss man eben ein bisschen weiter weg so oh Gott ey was sind das denn jetzt für Zyklopen ok ich muss mal eben da rein komm her Hexe ok da kann ich gerade nichts machen jetzt aber da oh super oh ich liebe das ich liebe Bogen schießen einfach nicht nur in der Realität Leute nicht nur in der Realität sondern hier auch macht so viel Spaß ich kann es auch wirklich nur jedem mal empfehlen das mal auszuprobieren ist echt cool vor allem wenn man es dann wirklich richtig gut kann so hier muss ja jetzt was sein oder es sieht so mystisch hier aus aber hier ist einfach gar nichts weil wir haben ja schon alle Geheimnisse wir brauchen nur noch eine normale Truhe haben wir die vielleicht übersehen irgendwo nee haben wir nicht ok dann geht es weiter dann war das ja auch wieder reinste Zeitverschwendung tatsächlich wenn man es so nehmen will so Hexe war ich hier von mir da ist noch eine äh das war ach gut die ist weg so ach man ey so mit zwei Bogen Schüssen ist das schon super hier guck mal zweimal und weg mit dir weg mit dir oh Hexe bam oh vollkommen daneben oh Gott das das wollte ich nicht mehr ups sehr schön die Creepy sind downy down down da ist aber nur einer haha ich hab dich gestunnied sehr schön sehr sehr gut läuft noch ganz gut würde ich sagen oh das sieht aus wie eine Falle hier das sieht aus wie eine Falle wir gucken uns aha hier ist ein geheimer Weg interessant er führt uns aber natürlich wieder nirgendwo hin war natürlich klar hätte man wissen können und ja eine Falle wusste ich doch okay ich bin bereit kleiner Typ so B äh hier aber ich mach nicht einfach mal so äh machst du schon ne ich wollte schon sagen hier das wäre ja ein bisschen lameo gewesen oder einmal B super und dann können wir fernkampfen nehmen quatsch oh gott what the fuck das war jetzt ein bisschen too much hier aber ich hab alles unter Kontrolle eigentlich ja würde ich schon sagen so die sind weg nehm ich den Tank hier noch oh creepies okay creepies sind natürlich hier ein bisschen gefährlicher aber da sehe ich jetzt auch kein Problem oder das Magier da sah ich das Problem ach da ist noch einer super gehe in den Tempel oder ne doch gehe in den Tempel so hier hinten war noch eine Vase die will ich eigentlich ganz gerne holen deswegen machen wir das auch hier ist echt nichts oh da unten ist der Tempel sehr schön aber wo ist die letzte Kiste ich hab die doch nicht übersehen ah hier ich wollte schon sagen ist das da achso der Wasserfall okay 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 ja cool dann können wir da mal in den Tempel reingehen oder ist ja schon Mission zu Ende kann sein ah ja ist es du hast du hast uralten Wüstentempel gefunden auf welche Schätze und Entdeckungen wirst du wohl darin stoßen sehr schön und der Dungeon dagegen auch ziemlich flottig Karotti ne letzte Folge 17 Minuten jetzt 33 es steigt zwar wieder langsam aber wir sind nicht mehr über die 40 Minuten gekommen 88% okay ist in Ordnung aber was haben wir hier drin ein Windhorn das habe ich mittlerweile 30 welchen Level war denn das andere Windhorn 27 okay dann kann das ja weg zerwerfen äh ich möchte nur doppelte Dinge wegschmeißen was war das hier ein ein Trickpunkt 29 43 Schaden okay den haben wir ja schon dann kann der nämlich auch weg sehr schön sehr sehr schön ja Leute dann geht's morgen dann geht es morgen hm machen wir vielleicht erst die Red Stormine dann machen wir den Wüstentempel eigentlich ist das ja schön zusammenhängend deswegen würde ich sagen dass wir dann im nächsten Party den Wüstentempel machen ne ja gut Leute ne dann bis morgen bis dann euer Kamito haut rein und ciao ciao